Hallo! Oh, mein Mikro sitzt noch nicht. Hallo? Lena? Do you hear me? Guten Hunger! Herzlich willkommen zurück! Du fachmophobie, ja? Back in business. Hörst du mich nicht? Lena? Die hört mich schon wieder nicht. Okay. Hörst du mich jetzt? Einmal. Ja. Gut. Ah, endlich wieder Thermometer. War beim letzten Mal furchtbar. Oh, geil. Ja, muss. Wir haben eine Sanity-Bille. Ist doch sensationell. Die ist von mir. Eine? Aber ich hab zwei reingefahren. Echt? Oh, warte, hab ich gar nicht hinzugefügt? Doch, ne? Doch, doch, doch. Klar, sonst hätte ich ja jetzt keine starke Tasche. Hab ich nicht alle hinzugefügt? Von jeden einem? Ja, das kommt hin. Glaube ich. So. Müssen wir hier auch erst die Heizung anmachen? Oh, warte. Müssen wir hier auch erst die Heizung anmachen? Ich bin da. Ja. Hallo. Ah, jetzt. Gib mir ein Zeichen. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Mach das Licht an. Zieh Lena aus. Lass das Telefon klingeln. Was? Mach das Wasser an. Öffne eine Tür. Hallo. Hier ist die Tür auf. Ja, eine. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so wild, ne? Seit dem Update. Aber gut. Ja, ja. Nisch. Jetzt ist nur Lenas Aufgabe hier mit Box und so. Geh nach rechts. Warte. Oh. Guckst du erstmal hier die Tür und fragst ihn, ob er da drin ist mit der Box? Die Box ist Einzelperson, also wir müssen dann raus. Ich hab die Box nicht mitgenommen. Okay, ich geh hol jetzt. Ich hab die Box nicht mitgenommen. Wie unfähig ist die? Na gut, da sagt... Nein, ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Sonst, ich werd hier wieder behindert gekloppt. Dann heißt es wieder... Also, ich sehe hier keine weitere Tür geöffnet. Wo seid ihr denn? Äh, irgendwo. Hier ist ein Krankenbett. Links rum, und dann ist da die Tür offen. Am Fahrstuhl hier. Beim WC. Ah ja, stimmt. Hier war ja auch schon mal der Geist. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir sind vorne im Raum. Hier, hallo, Lena, hier. Du bist vorbeigegangen, ja. Also, im ganzen Flur ist es kalt. Aber ich glaub, dass die Heizung raus ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Hallo. Warte. Also, ich seh' kein Orb. Oh, Fluffi! Bist du hier? Wie alt bist du? Na gut, das war's. Keine Box, ne? Lena? Keine Box, ne? Hey, spielst du heute in der Toilette, oder warum ist das so? Wieso? Was ist denn... Hä? Was denn? Ja, bei dir ist so'n Echo in der Stimme. Spielst du in der Toilette, oder was? Nein, ich hab den Effekt auf meinem Mischpult angemacht. Ich weiß, das ist mir schon klar. Aber es war trotzdem witzig. Spielst du auf'n Klo? Ja, ich bin grad nebenbei am Scheißen. Ich hab sonst keine Zeit dafür. Jaja, du hast ja auch grad gegessen, ne? Ja, das muss direkt wieder raus. Das verdaue ich gar nicht. Ich bin magersüchtig. Hier ist auch ne Tür geöffnet. Ge-ge-ge-ge-ge-ge. Geöffnet. Geöffnet. Keine Fingerpoints. Warum eigentlich Points? Ah. Oh, 5,3. Ei gut, die Heizung ist ja nicht an, ne? Ich kann so nicht arbeiten. Das geht nicht. Ich brauche eine funktionierende Heizung in diesem Spiel. Sonst ist mein Thermometer nen Scheiß wert. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach gehen. Hallo? Sag mal. Du läufst hier im Kreis. Ah, Mist. Für wie doof haltet ihr mich? Na, sehr doof. Warum frage ich eigentlich? Hallo? Lena? Ich hab mich alleine gelassen. Fingerabdrücke, ich hab ihn. Der ist auf der linken Seite oben. Okay. Der hat hier grad ne Tür geöffnet. Falls sie nicht schon offen war. Also die Fingerabdrücke bleiben hier auch irgendwie. Das ist gut. Noch. Die verschwindet auch erst nach ein paar Sekunden oder so. Reicht jetzt trotzdem nicht aus für ein Foto. Hast du ein Fotoapparat mit, Lukas? Ich hab Foto mit ja. Ja, dann komm doch hier hin. Ich weiß nicht. Linke Seite. Hallo? Nein! Überhaupt nicht gerade. Ich werd hier wieder nur verurteilt. Linke Seite. Hallo, hört ihr mich? Oh, ich hör die Box. Grüne. Box, Box, Box. Hallo? Ah, hallo. Wo ist der Raum? Ja, ja, ich hör die Box, ja. Irgendwie so. Ich versuch mich daran zu orientieren. Ah, ich hab's. Ja, einmal. Waren die Fingerabdrücke auf der Innenseite oder der Außenseite der Tür? Ich guck selber. Eh, keine mehr da. Fingerabdrücke sind weg. Vielleicht waren da auch gar keine und ihr verarscht mich wieder. Ich kenn euch doch. Ich log jetzt Fingerabdrücke ein. Wehe, das ist nicht richtig. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Wo bist du? Hier. Orb auf dem Klo. Da ist ein Orb auf dem Klo. Ja, ein Orb auf dem Klo. Ja, dann ist er dort. Da ist ein Orb auf dem Klo. Wo ist denn das Klo? Ja, ja. Da ist ein Orb. Ja, ja. Ein Orb. Hier. Okay. Da ist ein Orb. Okay, dann mach ich die Dots hier. 8,1. 6,4. 3,2. Ja, ja. Mach dir mal schön zu. Mach das Wasser an. Ich hab das Buch und die Box. Okay. Mach das Wasser an. Ähm. Mach das Wasser an. Oh Gott. Irgendwas. 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 Bist du hier? Wo bist du? Mach das Wasser an. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Mach schnell Foto. Hab ich. Hat gezählt. Geh weiter, geh mal raus hier. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Der ist dumm. Wo bist du? 8,4 Komm, gib mir, gib, oder warte. Ah doch, kann doch sein. Ah, toll. Box kann's gar nicht sein. Ja, egal. Hab ich auch grad rausgefunden. Buch kann's auch nicht sein. EMF, Dots oder Gefrier. Mach das Wasser an. Einfach nur so. Mach das Wasser an. Los, ich will mich waschen. I want to wash me a little bit. My hands. And maybe my Schritt. So. Foto, ja ne, Foto. Scheiße, wie komm ich denn jetzt hier zurück? Ach, scheißen Dreck. Was weiß ich denn? Immer nach rechts, glaub ich, ne? Oder? Jetzt hat er hier auch ne Tür offen. Warte, hier geht's runter. Da muss ich doch hier... Er hat das Wasser angemacht. Ich versuch noch ein Foto zu machen. Aber nicht hier. Hier in der Küche. Also, das Wasser hat er jetzt in dieser komischen Küche hier angemacht. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, guck mal. Ja, okay. Huck auf. Warte mal. There's something strange in the neighborhood. Kerber Orb ist ja dort, ne? Ja. Ich glaub, der ist irgendwie überall. Kerber Orb. Mist! Oh, ich hasse das. Ich hasse... Ah, hast du ein Foto gemacht? Nee, das war ein Bug. Hab ich zurückgekriegt, das Foto. Ich komm da mal mit meinen scheiß fetten Wurstfingern auf die Maus. Das ist furchtbar. Ja, mit der Maus. Ja. Ich ermorde die immer halb. So. Ich guck jetzt selber. Orb. Slabert die von Orb. Wetten, da ist jetzt keiner? Wetten? 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 Ja, warte, ich luke mit dir mit. Take me with you. Take me on. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone. So, wo ist jetzt hier der Orb? Mama hat die scheiß Haustür zu. Ähm. Ja doch, hier im Bad ist ein Orb. Doch, ganz eindeutig. Das ist schon richtig. Den sehe ich auch. Ja. Also, daran liegt's nicht. Komm hier hin. Komm hier hin. Okay. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Schreib ins Buch. Schrei doch nicht so laut. Kack in die Toilette. Ihh. Komm hier hin. Komm zu mir. Komm. Da ist er. Okay. Er ist in den Salz getreten. Ja, das hat geklappt. Nein, nein, er ist in den Salz getreten. Ich hab gewartet. Aber warum hat das dann nicht mit den Räucherstäbchen geklappt, wenn's der Raum ist? Jetzt. Jetzt muss es ja geklappt haben. Ja, mit dem Salz. Das hat geklappt. Immer noch nicht. Nein. Ich hab doch gerade angemacht, wo er in den Salz reingedrehen ist. Ja, keine Ahnung warum. Ja, aber wie viel? Äh, kann ja eh nicht sein, Lukas. Äh, doch. Ein Obake. Erzähl mir keinen. Da kann doch eh nicht sein, äh, 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 äh. Ähm. Guck mal, was ist das? Wir haben Scheiße labern hier. Was ist das? Scheiße. Dotz, EMF oder Gefrier? EMF liegt ja in der Terminitar auch. Ja, Bats auch gerade. Der Dotz könnten wir von hier aus die Asuka feststellen. Ja, wir müssen alle sowieso noch mal rein. Wegen Sanity. Ja, ja. Lukas, such Knochen. Jetzt, ernsthaft? Ja. Ja, gut. Rechtsrum, such Knochen. Ja, gut, alles klar. Gott. Oh, vielleicht doch das Weedabord, ne? Das wär ja mal. Einen Knochen im Asylum suchen. Das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen. Aber hey, sie hat recht. Hab ich was zu tun. Und wir brauchen's für die Aufgabe. Für den Geisteszustand. Ja, vielleicht gar nicht so dumm. Ich hab nur Angst, dass ich ihn mir wieder zurückfinde. Ja, gut, Lena kann mich ja leiten, ne? Das ist ja... Solange Lena im Van bleibt... ...ist das eigentlich relativ... ...gut. Laber schon wieder nur Scheiße. Aber egal. Ach, das war gar keine Tür. Komm, gib mir einfach den Knochen. Noch weiß ich, wo ich bin. Ja, komm, ich will jetzt nicht noch zurück. Oh, der liegt bestimmt hier richtig ekelhaft in irgendeiner Scheiß-Ecke. Oh, das Licht geht hier gar nicht. Das wurde gar nicht montiert. Das haben sie vergessen. Ich dachte gerade kurz, das wäre das Ouija-Brett. Hä, wie? Der hat gehuntet? Erzähl mir keinen. Er hat mich gehuntet. Der hat mich gehuntet. Ich hab nichts mitbekommen. Gar nichts. Hier war nichts. Okay. Hat Mami jetzt meinen Ruf gehört? Ich hab gar nichts gehört. Nein, ich hab nichts gehört. Ja. Ich hab nichts gesagt. Sehen. Oh, das ist ja. Der hat gehuntet? Jetzt, äh, hab ich ein bisschen, äh, Respekt. Obwohl, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das gar nicht mitbekomme. Hallo? Handt der schon wieder? Okay, gut. Ich seh hier nichts. Oh. 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 Sag, wenn's vorbei ist. Vorbei. Okay. Ich hab den gehört hier. Und ich bin ganz rechts. Das, äh, finde ich unruhigend. Also, du musst dir ja keine Sorgen zu machen, Lukas. Ich hab ihn gehört. Er hat mich gehuntet. Keine Sorgen. Ja, aber wenn ich ihn auch höre. Ja, na gut. Dann ist er entweder über dir oder nicht auf jeden Fall. Ja, aber... Was heißt über mir? Ich hab dann wieder? Ne, und doch. Ja, jetzt bin ich an der Rezeption. Ich bin ja nicht unten. Ich wollt noch nicht nach unten. Das trau ich mich noch nicht. Okay. Ich halt jetzt einfach die Verbindung. Dass wenn der anfängt zu handen, dass ich dann wenigstens mental bei euch sterbe. Schön. Ja, nur wunderschön. Denk ich mir auch. Gott, diese riesigen Räume hier. Wo soll denn hier ein Knochen sein? Safe ist der unten. Im letzten Raum, im letzten Gang. Oh. Okay. Obake. Soll ich zurückkommen? Ein Obake? Den haben wir jetzt schon zum dritten Mal. Ich weiß nicht, wie 20% hat geholfen? Müssen wir schon... Nee, noch nicht. Müssen wir noch. Und der muss auch nicht vollkommen. Deswegen ist er auch wahrscheinlich auf dem Kno, weil er jetzt so ein Warnkett ist. Was das macht, äh... Bommelwandler? Der mag nur kein Feuer. Oh, zu! Sieh! Hilfe! okay er handelt ganz schön oft was hat er für ein problem okay okay ja stimmt stimmt kannst du mich hier irgendwie rausführen ich bin ich bin ich hab ach so du bist gar nicht im van ach ja komm ich habe jetzt aber ich habe 20 aber gut dann geht schneller ja ist okay dann bleibe ich hier heilige scheiße weißt du die mit der meisten send die g3 glaube ich dass sie gerade die meister hatte ich glaube nicht ich weiß es nicht ich habe nur draufgehalten ich habe keinen bock auf ein date mit dem auf japanisch oder auf chinesisch was war das noch mal auf japanisch auf japanisch ok joker ist auch japanisch ja das dachte ich mir schon dämon dämon dämonen uhr echt ja dann wollen wir dämonen oh ich sollte vielleicht die flasche zumachen warte die hat nur dreimal gehandelt wo ne fünfmal mit sicherheit zählen wir doch keine so taschenlampe sanity pille salz kopfkamera und ne kerze ja neun tausend dollar das ist so lange ich über meine acht tausend das ist wenig ne ja ja das ist das muss ich alles noch versteuern 40 prozent steuern ich bin nicht verheiratet ja gib her nee das kriegt ja dann der staat das ist ja das problem ja das war ja steuerhinterziehung damit mache ich mich strafbar die dürfen oder dürfen nicht nimm mal die neue map lena was meinst du was dein männer nur schon mehr du bist jetzt ich bin kurz rausgegangen damit du entscheiden kannst ach so ok 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 darf ich mir denn wirklich frei was aussuchen ok und wenn ich jetzt die neue map nehmen ist das nicht schlimm aua das ist nicht schlimm ok gut dann fühle ich mich eh sicherer als mit dir entschuldigung ja danke hallo das ist meine ma natürlich fühle ich mich sicherer bei ihr ja ist in ordnung gut dann ja oh jetzt ist er richtig beleidigt ok mhm 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 jawohl was habe ich eigentlich erwartet von dir ich meine ja gut los geht's mhm hi ok ich find das mit der karte immer noch so cool mal kurz hier damit man mich auch hört ne wie ist da ich weiß meine gequatsche kann man sich nicht geben das akzeptiere ich das ist in ordnung aber wenn ich dann schon wenn wir dann schon unnötiges zeug labern dann muss man es auch hören ha wir außen fertig hier auf bin warte lena bleibst du im van nein bitte wunderschön eine formation aus tochter aus tochter und mutter was ja ne wunderschön bleibst du im van oder ja jawohl ne anscheinend ne ach komm ich kann ich kann in letzter zeit ihn nicht äh wieder kommen ja wir gehen schon mal vor ja wir gehen schon mal vor krass ich will das Leck hier auf sich geben bist du hier das versuchst du hier schon ja ich so willst du mit mir ein Bierchen trinken Ja, geil. Lena, das findet der bestimmt richtig gut. Mit dir so ein Bierchen, das will jeder Geist. Genehmen. Wie ging's weiter? Willst du mit mir Drogen Dann tauch ich dich in Rosen ein. Ja, oh Gott, das kenne ich, ja. Ich weiß auch sogar, woher. Du guckst sowas? Ich kenne nur, äh, Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm raus und schnief mit mir. Das haben wir schon so lange nicht mehr. Vermisst das sehr. Was ist nun los mit dir? Ich muss noch ein bisschen schießen. Wir hatten Koks und Kokain Doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso? Willst du mit mir Drogen nehmen? Oder vielleicht was anderes nehmen? Gut, dann ne. Äh, ich geh in die Hütte. In der Hoffnung, Keine Ahnung, Hier irgendwas zu finden. Ja, ja, ich weiß, ne. Ich laufe hier dem Tod quasi in die Arme. Natürlich tolerierst du das. Weißt du, die feine Dame hat sich jetzt... Die hat ja viel zu viel Schiss davor, ne. Die traut sich sowas ja gar nicht. Weißt du, ich meine, Ich kann das verstehen, ne. Die Frau hat's mit der Psyche. Das ist in Ordnung. So, das sucht man sich nicht aus. Aber... Weiß ich nicht, also... Äh, beim Lagerfeuer. Oben links. Am Lagerfeuer. Ach so! Okay. Also im Haus ist tote Hose. Also oben links ist, äh... Oder vor dem Ei. Einer der Psyche. Mal Lagerfeuer. Ja, ey. Direkt das weißt du, äh, zählt. Jo, alles klar. Af kam. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm raus und schniff mit mir. Äh, können dann hier draußen denn dann auch Orbs sein? Lena? Ach, das ist der Van. I'm wrong here. I must go to the left. In Richtung... Lagerfeuer. Lena? Lena, hörst du mich? Oh ja, endlich höre ich euch fest. Jetzt? Ja? Äh, der sagt Lagerfeuer. Okay, und, ähm... Und dann welche Bereiche auf der Feld. Ich bin einfach drauf. Ich bin einfach drauf. Ich bin einfach drauf. Aber hier können doch keine Orbs sein, oder? Am Lagerfeuer. Also ich meine nur. Ich kann ja hier mal ne Kamera aufstellen. Nein. Ja, super. Ach, das geht nicht. Warum geht das nicht? Dreck, Spielscheiße hier. Schlechte Programmierung hier. Und, äh, der Kamera hat ja aufgestellt. Da ist ja wirklich drin und Bobstum dann. So. Können wir hier erstmal ganz in Ruhe nach Orbs gucken. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Kein so ein Ort, den ich jetzt sehe. Keine Ahnung. Mit Zähnen. Ich hab die auch scheiße platziert. Aber sie, auch hier. Ah, okay. Na, 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 na. Wo sind wir raus? Na, 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 na. Na, 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 na Mein Gott, aber macht der das nicht auf der ganzen Map? Jetzt mal doof gesagt. Ich meine... Ich habe auch Geräusche gehört. I take the book with me into the camp. Ins Lager. Was heißt denn Lager nochmal? Mr. Lager, Lager. Ein helles Licht! Oh. Ich glaube, jetzt bin ich doof. So, vielleicht schreibt er ja hier ins Buch. Schreib in das Buch! Bist du hier? Wo bist du? Bist du ein Kind? Wo bist du? Wie alt bist du? Du kannst mich mal. Ich habe Angst. Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Du stinkst an der Magie. Spiel mit mir! Play with me! Play with me! Let's get together! Come on, play with me! Jetzt habe ich voll den Ohrwurm. Gut, dann... Ach ja. Na und ihr so? Ach, ich bin alleine im Van! Ja gut, das bin ich ja für Lena 24-7. Auch wenn ich das Spielen gerade nicht spiele. Ich bin immer im Van. Immer. Immer. So. Bitte was? Oha! Es können die Zwillinge sein. Cool. Ich meine nur. Äh, Gefrier! Oder haben wir noch was? Nein, aber du brauchst es vielfach auf, ne? Weil der kann drauf sein. Ich weiß es eben nicht. Das ist es halt. Aber Minus 8 ist schon, äh... Das ist schon ein Zeichen. Wo hattest du denn die Minus 8? Grad? Ein paar Schritte weiter. Also noch am Lager. Ja, weiter hinten. Ja, weil die... Ich weiß... Also nicht ab dem Feld, sondern das dahinter. Da ist ja auch so eine Abgrenzung. Mhm, mhm. Ja, das ist so eine Abzweigung. Ja, ja. Ja, und rechts ist direkt im Feld. Da war es schon offen. Und da bin ich reingegangen und bin jetzt öfter bereit. Okay. Ist das alles schon da? Okay. Warte, das ist ja nicht... Gut. Ja. Ja, willst du mit mir drücken nehmen? Komm raus und schimm ich mit mir. Was kann man denn nochmal mitnehmen? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn für Aufgaben? Ein Räucherstäbchen könnte ich ausprobieren. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ja, ich muss einfach nochmal eine Sanity runterkriegen. Das geht bei der Map irgendwie gar nicht so schnell. Ich nehm mal... Ich nehm mal hier, ne? UV mit. Ich seh zwar gar nichts. Aber gut. Das sieht schon cool aus. Ist da gerade ein Blitz eingeschlagen. Lena, geht's dir gut? Uh, ich häng' fest. Wo bist du denn? Genau. Genau. Cool, Lena, knack' fest. Ich weiß nicht, ob es der Knochen ist. Okay. Wie sollst du den Schulterblatt kommen? Nein, ich glaub' nicht, dass das ein Knochen ist. Ich kann's ja mal probieren. Ich hab' ihn auch keine von Lust. Ja, du kannst es ja nicht. Ist das Problem mal? Ja, doch, ist der Knochen. Ja, siehste? Also, das Ort kann ich jetzt nicht sehen. Oh! 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 Was davon ist denn jetzt der Knochen? I don't get it. I mean... Oh! Ciao! Wo kam der denn jetzt her? Den hat man gar nicht gesehen! Ih. Was hat der denn jetzt gegen mich? Oh, toll. Jetzt liegt die UV-Lampe hier. Aber die ist Gott sei Dank noch an. Der ist hier echt im Camp. Der ist... Also, das ist ja wohl... Hab' ich jetzt den Knochen eingesammelt? Ich hab' nichts auf dem Foto erkennen können. Normalerweise erkennt man die klar und deutlich. Gerade jetzt nach dem Update. Okay, ich brauch' irgendwas zum Kommunizieren. Ja, dann hab' ich mich halt für sie geopfert. Das ist... Das ist schon in Ordnung. Also, irgendwie find' ich die Map geil. Weil's das halt so noch nicht gab. Aber irgendwie check' ich's auch nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Ich geh' mal mit den beiden mit. Ich hör' sie nur nicht. Ey, sag' mir nicht die... Ah doch, ich hör' sie. Da hinten bin ich irgendwo gestorben. Da hinten. Da. Hier. Hier bin ich gestorben. Lena. Hallo. Lena. Da. Lukas, wo bist du? Ja, hier. Hier. Mom. Mom. Jetzt lacht sie sich wieder kaputt. Ja, die Leiche ist nicht da. Wie? Ich mach' ein Foto. Bitte lächeln. Hat nicht gezählt. Hat nicht gezählt. Nein. Aber sie guckt nicht nach, ne? Falle in das Buch. Nee. Ich steck' da jetzt keine Kraft und Müden mehr rein. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich kann eh nichts ändern. Falle in das Buch. Aber ich wollte gerne den Geist sehen. Aber ich wollte gerne den Geist sehen, nachdem ich mich an meinem Arsch gekratzt hab. Die Toten brauchen irgendwie mehr Möglichkeiten. Weiß ich nicht. Irgendwie so eine Second Chance oder keine Ahnung. Was weiß ich. Oh, ich nehm' den Teddy. Oh. Warte, der ist ein bisschen groß. Dotz. Jurai oder Oni? Ii, das sieht aus wie ein Penis. Nur verblutet. Und ohne Vorhaut. Da ist, wo bist du? Hallo. I want to see you. Ich will ein Autogramm. Du hast mich ja schließlich auch betatschelt. Ah, okay. Es ist schon mal nicht die Bettlagenschlampe. Bleib doch mal stehen, Mensch. Du hast mich ermordet. Nur damit du's weißt. Du hast mich ermordet. Ja. Wer sei es? Ein Orb wäre Jurai. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ein Orb ist schwierig. 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 Du hast du vorher kurz, bevor er gehandelt hat. Okay. Ja. Und jetzt gerade eben auch. Äh, Jurai oder Oni? Du hast den Scheiß nicht mehr. Gib her! Ja. Ja, ja. Gib her! Das ist ja ein Zelt, die das... Also Jurai wäre... Gib das her! Jurai wäre, äh, ich glaube, Orb. Genau. Oni wäre eben. Okay. Ich geh. Gib mir mein Dildo wieder. Ja, ich geh mit der Kamera rein. Gib her! Oh ja. Gib mir das... Ich geh mit der... Gib mir das wieder. Das ist egoistisch. Rüberkomme, aber... Nein, alles gut. Ähm... Ähm... Alles gut. Ähm... Ja. Alles gut. Ich hab' noch gemerkt. Alles gut. Ich seh' da nichts. Mensch, das ist... Tod sein ist doof. Ich seh' kein Ohr. Deswegen, esst immer schön euer Gemüse auf. Macht schön viel Sport. Dann wird's euch auch später nicht so langweilig. Hab' ich nicht gesagt. Tut mir leid. Lukas, du wärst, wenn du, äh, auf das EMF schaust. Nee. Seh' ich nicht. Müsste da noch irgendwo... Glaub ich. Müsste da ja irgendwo rumliegen. Weißt du, jetzt wo ich tot bin, hat sie auch keine Hemmungen mehr. Ist ja jetzt auch egal. Ich bin ja tot. Nein. Sie hat ja recht. Das ist das, äh, schon richtig. Irgendwie. EMF. Aber, aber angenommen, es ist jetzt EMF 5. Wie sag' ich denen das? Wie? Wie? Wo ist das EMF-Gerät? Woher will ich denn das EMF? EMF. Wo ist EMF? EMF. Also, er muss man auch nicht los. Das ist Tempo. Das ist UV. Das ist Tempo. Das ist UV. Gut, dass es kein EMF ist. 1, 2, 3. Oh, ich hör' jetzt aber grad das EMF-Gerät. Jetzt noch kein Zutat zum Zutatzen, ist das dein Ernst? Ja. Hast du etwa so sehr Hunger, dass du Essen geklaut hast? Ja, ich hab... Gerne. Ist ja nicht so, als hätt ich vor der Aufnahme grad noch was gegessen. Gibt's auch? Gott. Warte, ich will das, ich will das da hinlegen. Ich will die da hinlegen. Nein, das sind meine. Geh weg. Kriegst du nicht. Machst du mit deiner Thermostan nicht zufrieden? Ne, die... Mit dir war ich nicht zufrieden. Ne, das stimmt schon. Guck mal, wie sie da hockt und hofft. Guck mal, wie sie mir das wegnehmen will. Nein, 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 nein. Guck mal, wie sie... Wie sie am Geiern ist. Die ist richtig mies. Die klaut auch kleinen Kindern aus dem Kinderwagen den Lutscher. Vielleicht stirbt sie ja. Renn doch nicht so schnell. Ich bin tot. Hab doch mal ein bisschen Mitleid. Hey, Freddy, das ist so ein Arschloch-Orb. Ein Arschloch-Orb. Hatte ich auch schon in der Highschool. Ich glaub, das war aber am Ende gar keiner. Das war das Arschloch daran. Dass es kein Orb war. Oh, sie traut sich in die Hütte. Heidi Jalla. Heidi Jalla. Heidi Jalla. Jalla ohne Heidi. Hallo. Na, was machst du Schönes? Was? Ja, ich bin dir gefolgt. Oh, so sieht echt eckig aus. Ja, mein Gott. Du sollst dich ja jetzt hier auch nicht einnisten und Miete zahlen. Ach so, wegen den 25 Prozent. Also, ich bin jetzt im Haus und verstecke mich. Ja, versteck dich, versteck dich. Kannst du so ins Haus gehen? Oder in Bad und für den Bedenken? Was? Bei mir. Ja. Also, die Bedenken. Nein! Nein! Hallo! Boah, das ist richtig... Das ist richtig scary, ne? Wenn man so rangeht und dann... Waaah! Das hat irgendwie was. Vor allem, wenn die Kopfkamera da noch so durchguckt. Huh! Ich glaub, jetzt bin ich schwanger. Elizabeth Robinson. Elizabeth... Oder Elisabeth. Ellie! Ellie, komm mal raus! Ich hab Bock auf dich. Komm! Komm! Du krabbelst hier so geil wie so eine Vierjährige. Komm! Ich bring dir erstmal das Laufen bei. Ich mach dir deinen Rücken wieder gerade, wenn du verstehst, was ich meine. Hehehehe. Oh. She is hunting! Hunt me, baby! Ich reiche dir eine Hand. Haha! Ah! Ne, komm, der war nicht so... Oh, sie hat Schiss! Oh, sie hat Schiss! Huh! Huntet sie? Wahrscheinlich, ne? Erkennt man ja leider nicht mehr hier. Ich hör sie ja auch nicht, ne? Na gut, dafür ist die Map zu groß. Muss man ja mal ganz klar sagen. Dafür ist eindeutig die Map zu groß. Ah! Und ihr so? Oh! 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 Was, was, was? What's happening? Geist! Wir haben ein Foto vom Geist! Oha! Oha! Aber man sieht nichts. Das ist a little bit schade. Oh, sie ist tot. Tja, Lena, doof gelaufen, ne? Doof gelaufen! Ja, Lena, ne? Jetzt willst du komischerweise aus dieser Hütte ganz schnell raus, ne? Versteh ich nicht. Ich versteh dich da einfach nicht. Und da nutzt du nicht mal die Treppe. Du bist so unerzogen, ne? Shame on you, Alter. Shame on you. Lässt mich und deine Mom einfach sterben. Uh, jetzt wird's lustig! Naja, obwohl, dann krieg ich kein Geld. Lauf! Oh, es ist zu! Sie hantet! Hallo! Elizabeth! Hier! Frischfleisch! Oh, die Ellie kommt! Oh! Das war's! Nein! Nein! Warum? Ich hätt sie nicht rufen dürfen. Das war's! Kein Geld, kein gar nichts! Oh! Oh! Ich glaub, es ist ein Jurai. Warum? Nein! Als ob! Oh, ich hab Versicherung bekommen. Ach, schade. Keine Erfahrung. Viermal gehantet. Was? Ja. Was war denn da los? Weiß ich nicht. Ich wollte grad zurück und dann hab ich gesehen, dass die Tür noch zu ist. Ich dachte so, fuck! Und dann ist noch mein Vater gekommen und dies und das. Ach so. Ja und dann hat die Ellie dich einfach geholt. Ja. Oh, das ist schade. Oh, gut. Ja. Ich bedanke mich auf YouTube trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne, das heißt ja hier nix. Fehler passieren. Ja. Niederlagen. Ja, genau. Es ist normal, ne? Beim nächsten Mal spielt Lena dann halt ein bisschen besser. So. Macht's gut! Tschüss!